Am Holzmark-Gübel gefällt mir am besten, dass man hier neben den Produkten, die sehr hochwertig sind, einfach auch eine vernünftige Beratung kriegt. Das heißt, man stellt denen vor, was man als Projekt wirklich auch vorhat. Man kriegt dementsprechend auch die passenden Tipps. Die Berechnungen, die man selber eventuell gemacht hat von dem Materialverbrauch, den guckt man sich hier nochmal gemeinsam an, sodass das wirklich auch ein Projekt von denen hier wird. Wenn du Neukunde bist, erstmal das Wichtigste, dass du das Gefühl hast, du bist in guten Händen. Und wenn sich dieses Gefühl nicht verändert, nachdem der Auftrag vergeben und die Arbeiten durchgeführt worden sind, wenn dieses Gefühl bleibt, dann kommt man in den Huber-Status. Dann wird man wiederholungsfähig. Wir würden uns jederzeit wieder für den Holzmark-Gübel entscheiden, weil wir da sicher sind, dass wir gute Qualität bekommen, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, gute Beratung und auch guten Service. Das Schöne war eigentlich, man hat mir da erstmal erklärt, die Besonderheit von Böden, von Türen. Ich hatte ja keine Ahnung dazu, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass gleich hinten dran ich schon was kaufen muss, sondern einfach mal ein wirkliches, ehrliches Informationsgespräch, wo man gesagt hat, diese Möglichkeit Naste, das ist in dem Budget, das ist hier. Ich würde anderen Kunden auf jeden Fall raten, zum Holzmark-Gübel zu gehen, wenn sie eine vernünftige Beratung haben wollen.